Hallo und herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch, zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblings-Podcast beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann. Ihr habt um mehr Podcast-Folgen zum Thema Dating, Single sein und Beziehungsprobleme gefragt und hier kommt eure Antwort. Wir starten mit einer neuen Podcast-Folge zum Thema Dating-Dilemma. So kommst du sicher durch den Dating-Dschungel. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil ich mag das vor allem am liebsten oder sehr, sehr gerne, wenn ihr konkrete Fragen einfach auch zu Dingen habt. Also wenn es eine Nachfrage gibt zu einem Themenbereich, den ich dann einfach super gerne für euch ein bisschen klarer gestalte und aufräume. Und in dieser Podcast-Folge soll es wirklich einmal komplett um das Thema Dating gehen, um all die Dinge, die da draußen, ich sag mal, in der Dating-Wildnis aktuell so vorgehen, was es so schwer macht und was ich dir mit an die Hand geben kann, was das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher macht. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Dating-Dilemma, so kommst du sicher durch den Dating-Dschungel. Was soll ich sagen, ihr Lieben? I know. Es ist tough. Es ist einfach tough. Und nicht, weil ich aktuell selber date, sondern weil ich das natürlich von euch in den Einzelsitzungen höre, in den Gruppencoachings, weil ich generell in meinem Umfeld ja auch einfach durch Freunde und Bekannte mitkriege, wie schwierig dieses Dating-Leben irgendwie geworden ist und dass da so wenig Commitment einfach bei den meisten vorhanden ist und dass es oft einfach nur um eine schnelle Begegnung geht und danach irgendwie nicht mehr weiter. Und das sind alles Dinge, die sind offensichtlich Teil der Realität aktuell. Und hier spielt natürlich auch einfach wieder eine große Rolle, wie du das Ganze gestaltest, wie du das so verstoffwechselst, wie du es wahrnimmst und wie du es erlebst. Das heißt, das eine ist die äußere Realität, also das, was im Außen stattfindet. Und das andere ist natürlich wieder, dass es wahrscheinlich einen Grund gibt, warum du die Dinge halt erlebst, wie du sie erlebst. Und genau darauf möchte ich heute ein bisschen näher eingehen. Das heißt, ich nehme die Folge mal so für dich auf, als würde ich selber daten. Das bedeutet, als würde ich mich da rein stürzen und was wären die Dinge, die ich beachten würde? Was wären Dinge, die ich tun würde? Was wären auch Dinge, die ich nicht tun würde? Also wo wären vielleicht auch meine Grenzen erreicht und vielleicht kannst du davon was mitnehmen? Das Erste, was ich aber hier an der Stelle wirklich nochmal sagen möchte, ist, das Problem bei diesem ganzen Dating-Life ist meiner Meinung nach unter anderem, dass wir so, so wenig Zugang in der Regel irgendwie zu unseren eigenen Beziehungsmustern haben. Das heißt, steckst du in so einer verzweifelten Dating-Situation, wo, ich sag mal so die ganze Bandbreite an Dingen schon passiert ist, wie er meldet sich nicht und der Kontakt ist unregelmäßig und wenn er sich meldet, ist es vielleicht irgendwie zwei Uhr nachts und er kommt von einer Party. Ihr habt ein rein körperliches Verhältnis miteinander. Ansonsten findet irgendwie nicht so viel Austausch statt, beziehungsweise es gibt so keine verbindliche, verbundene, emotionale Ebene miteinander. Dann ist das, was die meisten Frauen irgendwie machen. Sie googeln bei YouTube Dating-Tipps und halten sich dann an irgendwelche Dating-Regeln oder folgen irgendwelchen Dating-Gurus, die vermeintliche Verhaltenstipps mit an die Hand geben. Und das ist tatsächlich was, das würde ich nicht machen. Also ich würde das wirklich, da würde ich nicht im Gedanken dran, also da würde ich keinen Gedanken dran verschwenden, mir jemanden zu holen, der mir jetzt sagt, ohne meine individuelle Situation zu kennen, ohne mich zu kennen, ohne meine Bindungsdynamik zu kennen, ohne den Menschen zu kennen, den ich date, einfach wie so eine Schablone A auf B zu packen. Also das ist was für mich, das wäre so weit weg von mir, weil ich nach wie vor der Meinung bin, gerade in diesem Dating-Life, in dieser Phase deines Lebens, wo du andere Menschen datest, ist es umso wichtiger, dass du mit dir integer sein kannst. Das bedeutet, bevor ich anfangen würde, mich da rauszuschmeißen, würde ich in erster Linie für mich mal klarkriegen, was ist eigentlich das, was ich möchte. Also, was ist denn meine Absicht? Will ich mich da ein bisschen wie Konfetti einfach mal in den Raum werfen und gucken, was so geht? Oder habe ich wirklich die Absicht und sage, ich möchte jemanden kennenlernen, weil ich möchte eine Beziehung finden in meinem Leben, weil ich vielleicht schon einfach länger Single bin? Oder aber, weil ich einen Familienwunsch habe beispielsweise. Das heißt, ich würde für mich wirklich erstmal klarkriegen, was möchte ich? Was möchte ich? Und da kann ja alles bei rauskommen für dich. Es kann ja sein, dass du sagst, hey, ich will eine Affäre oder ich möchte einen One-Night-Stand oder ich möchte jemanden langfristig kennenlernen. Also, hier beginnt eigentlich schon das ganze Daten. Das heißt, dein Dating beginnt nicht in dem Moment, wo du dir vielleicht irgendeine App runterlegst oder dir jetzt vorgenommen hast, vier von vier Mal im Monat auszugehen, sondern es beginnt tatsächlich da, dass du für dich überhaupt erstmal klarkriegst, warum will ich denn eigentlich jemanden kennenlernen? Und hier ist es wirklich wichtig, mit dem mal einzuchecken, weil es gibt einen riesen Unterschied, ob ich jemanden kennenlernen will, weil mir langweilig ist und ich nicht gut alleine sein kann oder weil ich vielleicht wirklich das Bedürfnis und die Sehnsucht nach Verbundenheit habe. Also, den Wunsch danach, meinen Weg gemeinsam mit jemandem zu beschreiten. Und ich finde, das sollte klar sein. Also, das, was ich erlebe, sind ganz oft Menschen, die daten, weil sie mit sich nicht sein können, weil sie nicht alleine mit sich sein können, weil sie in den Momenten, wo sie bemerken, da ist niemand, ich sage jetzt mal außer Freunde und Bekannte und Familie, sondern da ist kein Partner, dass sie da in Berührung kommen mit ihren ganz frühkindlichen Prägungen, mit ihren frühkindlichen Traumata. Und damit meine ich, an der Stelle kommen wir immer mit unangenehmen Gefühlen in Berührung. Das heißt, Bindungstrauma ist im Kern nichts anderes als, erwachsene Personen immer wieder in Berührung auch zu kommen mit wirklich unangenehmen Gefühlen. Und die kann ich nicht halten, die kann ich noch nicht so gut integrieren, da weiß ich noch nicht mit umzugehen. Und dann wünschen wir uns Co-Regulation. Und Co-Regulation bedeutet nichts anderes, als dass da jemand ist. Dass da jemand ist, der liebevoll mit mir umgeht, der liebevoll auf mich eingeht. Aber das sind Dinge meiner Meinung nach, das wäre schon sinnvoll, das vorher mal für sich klar zu kriegen. Also habe ich wirkliches Interesse daran, jemanden kennenzulernen? Und wirklich mit Kennenlernen meine ich, die andere Person wirklich kennenzulernen. Also nicht nur körperlich, sondern mir auch darüber bewusst zu sein, da ist ein Mensch auf der anderen Seite, der wird auch sein Päckchen mitbringen. Da ist ein Mensch, der hat auch viele verschiedene Facetten und Seiten an sich. Und manches davon wird mir vielleicht nicht passen. Das werde ich dann aber erst im Laufe der Zeit kennenlernen und im Idealfall achten lernen können. Das heißt, mein Tipp an dich wäre, krieg überhaupt erstmal klar, warum datest du? Also warum willst du wirklich daten? Und der zweite Schritt für mich wäre dann, dass ich, bevor ich mich daraus schmeiße, mich auf jeden Fall auch mal damit auseinandersetzen würde, was waren Dinge, die in meiner letzten Beziehung gescheitert sind? Was waren Sachen, die immer wieder Thema waren? Was war vielleicht so ein roter Faden, mit dem ich in Berührung gekommen bin? Weil das bedeutet nicht, du musst dich irgendwie komplett klar haben, bevor du dich da irgendwie wieder rauswirfst oder mit jemand anderem in Berührung kommst. Nein, sondern in der Regel lernen wir uns vor allem dann kennen, wenn eine andere Person hinzukommt. Das heißt, gerade wenn du vielleicht ein sehr autonomer Typ bist, also Miss Independent sage ich immer gerne und davon kann ich mich auch nicht freisprechen an der Stelle. Das heißt also, gerade wenn du ein sehr unabhängiger Typ bist, sehr autonom und eh jemand bist, der vielleicht im Kern so ein bisschen denkt, oh ne, ich brauche euch niemanden, dann ist meistens super interessant, was passiert, wenn dann eine zweite Person hinzukommt, weil dann zeigt sich nämlich erst wirklich, wo du stehst. Und trotzdem, finde ich, kann man das auch vorher schon so ein bisschen für sich klar kriegen. Das heißt, ich kann ja auch vorher schon eine kleine, ich sage mal, Exkursion mit mir selber durchführen und einfach mal reflektieren, was waren denn eigentlich Dinge, die mich in der Vergangenheit getriggert haben. Weil, ich verspreche dir, wenn du dazwischen nicht damit gearbeitet haben solltest oder vielleicht die Zeit des Alleinseins, die Zeit des Singleseins nicht unbedingt nutzt, um mit deinen Beziehungsproblemen aufzuräumen, dann wirst du die gleichen Probleme haben wie damals. Safe. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Das heißt, ich glaube, dass es ziemlich sinnvoll wäre, bevor du dann da wirklich vielleicht jemanden ernsthaft kennenlernst, auch nochmal zu prüfen, okay, was sind da so Sachen, die mich getriggert haben? Wie habe ich darauf reagiert? Wie bin ich damit umgegangen? Wie habe ich das irgendwie gelöst für mich? Oder habe ich es überhaupt lösen können? Und dann wird es natürlich erst so richtig spannend, wenn denn dann wirklich jemand hinzukommt. Und da zeigt sich dann in der Regel auch, wie es so, ich sage mal, um dein inneres Bindungssystem steht. Das heißt, was triggert dich? Also, was passiert, wenn der andere sich nicht meldet? Was passiert, wenn es unregelmäßig ist? Was passiert an der Stelle, wenn er mehr Interesse hat als du an ihm oder umgekehrt? Das heißt, all diese Dinge, die passieren können, wenn eine zweite Person hinzukommt, sind deine Orientierungspunkte. Und sie sind vor allem deine Orientierungspunkte für dein Bindungssystem. Das heißt, die Art und Weise, wie du darauf reagierst, wie dich jemand behandelt, sagt alles über dich. Es zeigt einfach, wie es so deine innere Beschaffenheit, was Beziehungen anbelangt. Und das ist unfassbar wichtig, das mitzukriegen, weil ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, öh, ich date immer nur scheiß Typen und ich ziehe immer nur die an, die keine Bindung wollen, sondern die wollen nur schnellen Sex und dann melden die sich nicht mehr oder aber die machen irgendwie Lovebombing mit mir. Das heißt, die überhäufen mich mit Komplimenten und nach sechs Wochen ist der Ofen aus. Ich kann ja nicht immer nur hingehen und gucken, was ist eigentlich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, der Trash, den ich mir da im Außen ins Haus hole, sondern ich muss ja mitkriegen, dass du einen ganz großen Teil dazu beiträgst, wen du dir da anlachst. Das heißt, hier stellt sich ja dann gerade zu Beginn relativ schnell die Frage am Anfang, okay, wenn jemand hinzukommt, wird da deine Sehnsucht nach einem Partner oder nach einem Gegenüber so krass getriggert, dass du alle deine Bedürfnisse, alle deine Grenzen, alle deine Wertvorstellungen, all die Dinge, die dir wichtig sind, direkt über Bord wirfst. So scheißt du einfach dann auf all das, was du bist und was du willst und wirfst deine eigene Autorität aus dem Fenster, weil du gar nicht mitkriegst, dass du so sehnsüchtig, dass du so bedürftig bist und das passiert in dem Moment. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber es ist meistens so das klassische Beispiel und daran ist nichts verkehrt. Verstehe mich nicht falsch, weil bedürftig sein ist nicht schlimm und sehnsüchtig sein ist auch nicht schlimm, aber ich muss mitkriegen, dass gerade wenn ich vielleicht lange schon alleine bin oder aber mich noch nicht richtig damit beschäftigt habe, so worum es im Kern eigentlich geht bei diesen ganzen Dating- und Beziehungsgeschichten, dann werde ich an der Stelle auch nicht wissen, dass, und jetzt machen wir einen großen Sprung an der Stelle, die Sehnsucht, die sich heute in Beziehungen immer noch zeigt, die Sehnsucht einer anderen Zeit ist. Das heißt, dieser Riesenwunsch nach Partnerschaft und Beziehung hat in der Regel ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich immer noch eine sehr, sehr kindliche Sehnsucht in mir trage, dass diese Bedürfnisse, die ich schon als Kind hatte, nämlich nach Kontakt, Verbindung, Vertrauen, Körperkontakt gesehen werden, gehört werden, dass die nicht erfüllt worden sind. Und das ist bei vielen Menschen wirklich das Fall. Das heißt, die haben eine enorme Sehnsucht, die sich dann auf dieses Dating-Life projiziert und dann wird so jeder Zweite irgendwie der Traumprinz. Und das ist was, da mag ich dich wirklich einladen und dir mit an die Hand geben, lass uns realistisch bleiben. Also etwas, was ich so generell durch diese ganze Beziehungsarbeit gelernt habe, ist zum einen, dass ich mitkriege, okay, was ist eigentlich meine Absicht? Also warum bin ich in Beziehung? Warum will ich jemanden kennenlernen? Warum will ich vielleicht auch niemanden kennenlernen an der Stelle? Das Zweite ist wirklich mal für mich zu prüfen, was sind die Dinge, die ich aus meinen letzten Beziehungen mitnehmen kann? Also wie kann ich mich darin kennenlernen? Was ist das, was ich über mich kennenlerne an der Stelle? Wie kann ich auf mich blicken? Und das Nächste ist wirklich, kann ich realistisch bleiben? Also kann ich auch hier mitkriegen, dass ich beispielsweise eine Sehnsucht habe, die sich so unendlich verdoppelt und verdröllfacht und ich dann mein Gegenüber eigentlich gar nicht mehr sehe als der Mensch oder der Mann oder die Frau, die er oder sie ist, sondern eigentlich nur noch so als Bedürfnis-Erfüllungsmaschine und als jemanden, den ich auf ein Podest gestellt habe. Und alleine so diese Anfänge, das geht schief. Ich verspreche dir, das wird schief gehen, weil das im Kern so viel mehr mit Bindungstrauma zu tun hat und so wenig mit wirklicher Liebe und wirklichem Kennenlernen. Weil ja, jemanden kennenzulernen braucht Begeisterung für die andere Person. Also es wäre schon eine gute Voraussetzung, wenn ich mitkriege, dass der andere mich begeistert, dass ich wirklich Interesse habe. Also dass ich nicht nur Interesse daran habe, ihm seine Kleider vom Leib zu ziehen, sondern dass ich Interesse an seinen Gedanken habe, dass es mich interessieren würde, was in der Person vorgeht, welche Wünsche und Träume die jeweilige Person auch hat. Ja, also das wäre schon eine Grundvoraussetzung, dafür jemanden weiterzutreffen. Und das andere ist aber auch, dass ich mitkriege, okay, wo sind denn Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin? Also können wir, kann ich so ehrlich und realistisch auch an der Stelle bleiben und mitkriegen, okay, meine Sehnsucht, die ist so groß und die darf auch groß sein, aber die führt auch manchmal dazu, dass ich den anderen, naja, so ein bisschen eher upgrade, anstatt ihn vielleicht so zu sehen, wie er ist und dann eher mit der Vorstellung identifiziert bin und gar nicht mit dem, was wirklich da ist. Weil die Erfahrung, die ich ganz häufig mache, vor allem, wenn ich Menschen im Coaching oder in der Therapie dazu begleite, ist, dass es hinterher immer so ein, wie so ein kleines Erwachen gibt, wo es dann doch heißt so, ja, also wenn ich ehrlich bin, da gab es da schon auch zu Beginn einfach Dinge, die ich übersehen habe. So, wenn ich ehrlich bin, dann ging es mir da schon nicht gut. Und das ist wichtig, das ist super wichtig, dass wir wieder lernen, auf uns zu hören, und dass ich wieder lerne, wann geht mein inneres Radar an, wann spüre ich Impulse, wo ich merke, oh, damit bin ich nicht einverstanden. Und das heißt nicht direkt, dass du wegrennen sollst und die andere Person scheiße finden musst, nein, sondern jetzt beginnt ja dann der Skill, der meiner Meinung nach am allerwichtigsten ist im Dating, nämlich, kann ich darin offen auftauchen? Kann ich jetzt an der Stelle, ich sage mal, wenn wir jetzt bis hierhin gekommen sind und da wirklich jemand ist, wo wir sagen, hey, das ist verbindlich, das ist irgendwie berechenbar, da ist jemand, der ist zuverlässig, da ist jemand, der ist offen, da ist jemand, der wirkt vertrauenswürdig auf mich, ja, das sind alle Skills, die kannst du dir mal am besten in dein Notizbuch schreiben oder dir, ich weiß nicht, in die Hand in Fläche tätowieren lassen, damit du an meine Worte denkst, wenn du das nächste Mal bei einem Date sitzt und dich fragst so, ah ja, naja, er wirkt nicht ganz, er wirkt nicht ganz vertrauenswürdig, aber hübsch ist er. Naja, das muss reichen fürs Erst, ja, nein, da wollen wir nicht lang, sondern haben wir es bis hierhin geschafft, ja, also haben wir Qualitäten erfüllt bekommen wie Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit, ja, mit Berechenbarkeit ist auch gemeint, dass ich zumindest mal mitkriege am Anfang, da ist nicht jemand, der sagt morgen A und übermorgen B und dann schlägt er irgendwie um sich wie der tasmanische Teufel, sondern da ist irgendwie, da ist so eine Konstante irgendwie auch einfach drin. Also haben wir es bis hierher geschafft, sag ich jetzt glaube ich zum dritten Mal, dann beginnt der Bereich, der für die meisten Menschen ziemlich bedrohlich ist. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum dieses Dating-Life maximal Krise für die meisten Menschen ist, weil gehen wir mal so davon aus, wir haben so drei bis vier Dates gemeistert und wir finden diese Qualitäten in jemandem, dann beginnt natürlich der Bereich, wo wir einander vielleicht auch ein bisschen emotional näher kommen. Das heißt, dann befinden wir uns auf einmal in einem Gebiet, wo es irgendwie auch gefährlich in Anführungsstrichen werden kann, wenn ich denn gelernt habe, dass Verletzlichkeit und darin sichtbar werden in meiner Verletzlichkeit, in meinem Schwachsein, in all den Dingen, die ich dir nicht zeigen möchte, weil ich Angst habe, dass du mich dafür ablehnst, die könnten dann auf dem Teller landen. Und sorry to say, aber es ist super wichtig, dass das irgendwann auf dem Teller landet. Das heißt, wenn ich dir einen weiteren Dating-Advice von mir geben könnte, dann wäre es, dass ich wirklich anfangen würde, so nach den ersten Beschnupperungsversuchen, dass ich einfach offen und ehrlich wäre und dass ich auch offen und ehrlich wäre mit all den Dingen, die man vielleicht manchmal verdecken wollen würde, nämlich ich habe Verlustangst, oder ich habe Bindungsangst oder ich schäme mich für XY, ich habe Selbstzweifel, ich habe Angst davor, dass du mich nicht gut findest, ich habe Angst davor, dass du dich nicht mehr meldest, wenn wir Sex haben. Das heißt, dass all diese Dinge wirklich, 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 wirklich da sein dürfen, die wir ansonsten nämlich irgendwie versuchen zu umgehen. Und das Problem bei diesem Dating-Ding ist, das habe ich, glaube ich, schon auch in der Podcast-Phase zum Thema Kennenlernen erklärt, ist, dass wir durch Bindungstrauma zwei Identitäten in uns bilden. Das heißt, die eine Seite ist eine Scham-Identität und die andere ist eine Stolz-Identität. Und alles, wofür wir uns schämen, soll bloß nicht sichtbar werden. Und wir zeigen und präsentieren uns fast schon auf eine Seite, von der wir glauben, für die wir höchstmöglichst viel Liebe bekommen. Und gesundes Dating setzt meiner Meinung wirklich voraus, dass ich mitkriege, dass ich in beiden Seiten auftauchen kann. Also, dass ich mich vor allem in der Seite zeigen kann, die ich am liebsten vor dir verstecken wollen würde. Weil, ihr Lieben, wisst ihr, langfristige und nachhaltige Liebe braucht Ehrlichkeit, braucht ein gewisses Maß an Authentizität. Und so, wie dein Dating, wie deine Beziehung beginnt, ich verspreche dir, so wird sie enden, so wirst du Probleme haben, genau mit den Punkten, die es schon zu Beginn waren. Und an alle da draußen, die immer noch Menschen hinterherjagen, bei denen sie nicht das kriegen, was du willst, bei denen du immer noch um Liebe betteln musst, bitte, tu dir selbst einen Gefallen und geh, geh da weg. Und damit meine ich, das kann beim Dating auch beginnen. Wenn es schon zu Beginn zu wenig ist, geh, bleib da nicht. Es gibt 8,3 Milliarden Menschen, ich verspreche dir, es gibt da draußen ganz wundervolle Männer, ganz wundervolle Frauen, die Beziehung leben wollen, die liebevoll sein wollen, die vertrauenswürdig sind, die noch Werte vertreten, ja, aber es hängt einfach auch damit zusammen, was lässt du mit dir machen, was lässt du alles zu und das hat einen Ursprung, warum du das zulässt. Und das gilt es vielleicht in erster Linie mal zu erforschen, wenn du permanent eine Bruchlandung erlebst mit dem Nächsten und noch dem Nächsten und noch dem Nächsten. Und ich kann dich nur von Herzen einladen, trag dich für ein kostenloses Analysegespräch ein, wir schauen uns dein Datinglife mal an, wir schauen uns deine letzten Beziehungen mal an und ich verspreche dir, wir werden fündig werden. Ich verspreche dir, es wird einen anderen Weg für dich geben. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Podcast beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.